Buongiorno, meine kleinen Macaronis zu Let's Play Together Mario Kart 8 mit Don Marci und Fliegi! Hallo Leute! Es ist endlich soweit! Mario Kart 8 ist raus! Zwei Tage eher als erwartet, wie man in meinem kleinen Single-Player-Video schon sehen konnte, wie ich einmal den Grand Prix gefahren bin. Und jetzt startet das LPT, wie angekündigt, wie versprochen und angedroht. Und ich halte meine Versprechen ausnahmsweise mal. Irgendwann sagen wir starten einfach mit dem Grand Prix in 50 CCM, weil wir sind... Ah ja, ich habe schon einen Charakter freigeschaltet. Ein guter Start für einen LPT, direkten Charakter. Ja man! Ja, wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht! Oh Wendi, oh Wendi, oh Cooper. Da ist auch schon der Super-Fliegi. Ja, erstmal schön hier gucken. Wuhuuu! Guck mal, Waluigi bleibt, wenn ich hier ganz schnell durchsippe. Oh schade. Das ist schon ein bisschen ulkig. Ich fange mit Mario an, ganz standardmäßig. Der hatte ich vorhin als erstes, dann würde ich mal sagen... Bring ich das jetzt schon hinter mich, oder? Haha! Nein! Nein! Ich mache mal mit, Luigi! Und ich probiere mal ein Kart aus. Jetzt kommen wir erstmal hier alles schön einstellen. Wie bei Mario Kart 7. Ja, ich sehe schon. Ah, Motorräder gibt es ja auch. Ich nehme mal das Standard. Quark gibt es. Ich probiere mal dieses cool Cabrio. Das sieht nämlich wirklich cool aus. Hat schon was, ne? Dann schaue ich mir mal die Räder durch. Retro-Räder. Ich bin breit. Und im Standard hier ein paar schauen. Ich bin auch breit. So, dann haben wir hier den Pilz-Cup. Den anderen Krempel zeige ich dir, wenn es soweit ist. Ich möchte dich ja nicht spoilern. Okay. Hier schon drei Sterne-Rang. Grand Prix starten. Aber natürlich, diesmal im LPD-Style nochmal denselben Cup. Wenn schon, denn schon. Muss ja auch einmal alles fahren. Der Hintergrund, ey, der sieht geil aus. So einen richtigen Retro-Flair. Ja, ne? Ein bisschen wird Mario Kart 8 angepriesen. Ja, ein bisschen. Ja. Nicht übertrieben. Man ist ja bescheiden. Mario Kart Stadion. Boah, ich bin mal gespannt, wie das ist zu fahren, ey. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, mir gefällt das Handy wirklich sehr. Mit dem Kart. Jetzt habe ich jetzt erstmal ein Bike. Mit Luigi! Wahoo! Let's go! Ich drücke einfach mal jetzt schon A. Okay, es war kein Power Start. Wahoo! Es ist irgendwo, dass ich nicht mehr den Wheelie machen kann. Okay. Okay. Driften klappt schon mal. Ja. Wo setze ich Items halt? Mit L. Achso, okay. Ja, ja. Ergibt Sinn. Ja, ne? Ich muss sagen, dieser Splitskön ist ungewohnt. Kann ich den Panzer denn hinten festhalten? Ja, wenn du dann L gedrückt hältst, dann hast du hinten. Okay. Ja, und der ist trotzdem oben noch in der Box. Genau. Finde ich sehr gut, so hast du ein bisschen... Bist du nicht immer so overpowered, wenn du mal auf dem ersten bist. Aber ich merke schon, ich bin jetzt halt im Antigravitationsmodus, aber trotzdem bleibt die Kamera so richtig, sag ich mal. Ja, ist schon so, ne? Schon von Vorteil. Aber, was ich merke, 50 Kubik, also es ist schon... Ja, das ist echt lahmarschig. Ach, lahmarschig. So wie man das halt kennt. Ja. Aber es macht... Es ist gut zum Eingewöhnen. Mhm. Und sobald dann 100 und so weiter losgeht, dann ist sowieso ganz vorbei bei uns. Wow. Aber die Münzen sind schon richtig goldig, also sie sind nicht so standardmäßig gelb. Ja. Die schimmern hier echt gut. Richtig goldfarben, haben sie sehr schön gemacht. Und ich komm einfach nicht an den ollen Klempner ran. Oh, ne Tröte. Es ist richtig ungewohnt, ach shit, nen Panzer halt hinten dran zu haben, aber so sich nichts Neues einzusacken, weißt du? Da muss man sich wirklich dran gewöhnen. BATS! Das war die Tröte. Geil. Und es ist gut, dass man die halt so auf verschiedene Weisen nutzen kann. Da haben sie sich schon richtig was Geiles mit ausgedacht. Alleine, dass du den blauen abwehren kannst, ist mega geil. Oh, ich seh schon, wir fahren hier vorne richtig alleine rum. Ja. Wenn du jetzt X drückst, also mit dem A-Knopf, also mit dem Knopf mit dem Gas, gibst du da drüber den Knopf. Upsa. Dann kannst du nach hinten gucken. Okay. Also haben sie das hier wieder eingefügt? Genau. Gut zu wissen. Wie macht man diese Ramboosts, also wenn ich dich ramme? Ähm, mussten wir einfach ramme, glaube ich. Okay, das macht das automatisch, oder? Ja. So wie in dem direkt, was da mal geht. Es ist geil, dass man diese Spuren hier sieht auf der Strecke. Ja, und die bleiben, das ist das coole. Ja, vernünftig. So, was finde ich schon. Wahoo! Nein, meine einzige Verteiführung funktioniert. Wahoo! Jetzt gucke ich mal kurz. Ja, ich schaue mal auf. Ah, sieht geil aus. Also wir gucken gerade auf die Karte auf dem... Auf dem Gamepad. Auf dem Gamepad, genau. Das habe ich in meinem Singleplayer-Let's-Play-Part auch schon erwähnt. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich hoffe mal, das ist jetzt... Das ist mal ein bisschen verrucken. Also ich sehe es auf jeden Fall. Ja, weil mir ist halt immer das Mikro ein bisschen... Alter! ... im Blick. Und ich sehe es schon unter Wasser. Mhm. Sieht schon geil aus, ne? Der Wasserpark. Subcoaster. Also wenn ich das jetzt... Man hat halt schon Biomaterial gesehen, aber wenn ich das so sehe... Jetzt wenn ich davor sitze, das hat was. Und schön hell. Das ist richtig cool, ne? Ja. Es sieht einfach schön aus. Ja. Wenn man so auf die Details im Hintergrund achtet oder wenn... ...die fahren oder die Banner so im Wind flattern. Es sieht einfach richtig schön aus. Da haben sie sich mal Mühe gegeben. Da holt man was aus der View raus. Das ist ja ein Scheiß, Alter. Was soll ich mit der dummen Münze... Speed einkassieren und dann aufs Maul kriegen. Ja. Aber ist eigentlich unnüt... Oh, hier waren diese Teile. Mist, ich hab die verpasst. Ich wollte diese Boost ausprobieren. Ah, hab ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber das Gute ist... Äh, was heißt das Gute? Wahrscheinlich kann man wieder durch Münzen Karteile freischneiden wie bei Markert 7. Ja, man muss die nur rammen und dann kriegt man automatisch einen Boost. Geil. Verdammt, ist ja ein lahmarsch geflogen. Ja, irgendwie schon. Wollte ich eigentlich in die Luft springen. Aber was Gutes, das ist jetzt das zweite Rennen, was ich hier mit dir fahre. Ja. Und es kommt mir so vor, als hätte ich das so von der Steuerung her schon immer gespielt. Das ist geil, man gewöhnt sich... Also die geht direkt über, also so. Man gewöhnt sich sehr schnell an diese Steuerung. Ja. Super easy. So als wäre die Steuerung schon immer da gewesen, so. Mhm. Okay, ich hab diese Tröte. Kann ich die mal ausprobieren, falls ein blauer Panzer kommt. Ja. So, jetzt nochmal gegen diese Taille fahren. Wuhu. Geil. Wahoo. Ich meine, wahoo. Ist schon cool. Ja. Ich bin im Singleplayer Let's Play Part immer ausgewichen, ich weiß gar nicht warum. Okay. Hab' ich nicht dran gedacht. Hab' ich nicht dran gedacht. Was wollte ich sagen, wenn auf einen etwas zukommt, so. Ja. Dann ist klar, dass man ausweicht, ne? Man kennt es ja nicht erst so ran. Das ist halt das Umdenken, was man sich auch angewöhnen muss. Und das war geil, ich konnte den blauen weg machen. Mit dieser Tröte gerade. Hammer. Das, äh... Dieses Feeling hatte ich noch nicht. Da muss ich bis jetzt auch drauf verzichten, aber ich freu' mich drauf. So cool. Das find' ich gut, dass ihr das so... Ey, jetzt hab' ich schon die dritte Münze dieses Rennes. So einfach. Es ist nicht mein Glück so, von wegen, ich springe gerade oder fahre gerade im richtigen Moment in einen Fass, was mich katapultiert. Ja. Dass ich's dann... Oh, dass ich da nicht getroffen werde. Aber der Blitz sah episch aus. Ja. Ich muss sagen, dafür, dass es hier... Der erste Kapp ist in die Strecken schon echt krass. Meistens sind ja so standardmäßig, aber hier geht schon, finde ich, ein bisschen was ab. Ja. Auch wegen der Gravitation, da hast du einfach diese, ähm, wie soll man sagen, diese Abwechslung. Das wird nicht langweilig, nicht so wie andere es schon behauptet haben. Ne, 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 ich find das so richtig gut, umgesetzt. Wow, überall liegen Bananen rum. Huuch! Alter! Geil. Hehehe, ich bin in meine eigene Banane gefahren. Das war ne schicke Strecke, auf jeden Fall. Mhm. Ich finds auch cool, dass auf dem Gamepad, die Strecke so mit dem Looping und so weiter angezeigt wird. So, ja, so 3D mäßig, sag' mal. Ja, richtig geil. Scheint, dass man das nicht zeigen kann. Welche Ebenen sich überlappen. Nein, ich bin auf Highlights gegangen! Scheiße. Ja, ich wollte es schon sagen, passiert das nicht öfter? Wollen wir einfach weiter drücken? Das ist bis jetzt das erste Mal passiert. Okay. Aber diesmal habe ich mich auch ablenken lassen von dem Gamepad. Irgendwann gibt es bestimmt etwas, was man unten ans Gamepad klatschen kann, womit man dann auch aufnehmen kann. Das wäre geil. Ja, bestimmt. Würde ich mich freuen, weil ich möchte auch gerne immer alles zeigen. Darum habe ich auch beim 3DS immer Touchscreen und den normalen Screen in der Aufnahme. Aber das ist etwas anderes. Jetzt sind wir beim Mario Kart 8. Ich komme jetzt vor wie bei Sugar Rush. Sugar Rush! Sugar Rush! Du weißt sofort, was ich meine. Sehr gut. Fehlt nur noch... O-R-E-O! 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 Münze! Und Münze und Münze! Probation fürs Sagen! O-R-E-O! Achso, so wie beim Blätterwald hier wird man rübergeschleudert. Ja. Ja, okay. Das war ziemlich dumm von mir. Auf dieses Spiel könnte ich mir auch einschleudern. Wahoo! Was geht? Was geht ab? Das Geiste kann man sich auch aussuchen, wo man herfährt. Oh! Jetzt habe ich schon wieder eine Münze. Also die Münze ist echt nervig eigentlich, weil mir dann halt für den ganzen Abschnitt so ein Item fehlt, ne? Aua! Ja! Ja, also... Also das finde ich jetzt nicht so toll. Wenn es weniger aufkommen würde... Also sie ist, glaube ich, der neue Tanuki. Ja, also ist echt ätzend. Wenn du dann noch so ein Arschloch vor dir hast, was dauernd die Items nach hinten schießt. Oh, man! Wenn es nicht immer trifft. Münzen! Nein! Cool, wie hier alles aussieht. Ja. Oh, Kuchen. Die ganzen Lebkuchenmänner da. Die erinnern mich ein bisschen an Shrek. Ja. Der kriegt richtig Hunger auf. Ja. Kannibalismus. Was? Nein! Ich habe kein Item abgekriegt. Yeah! Ich habe eine Banane, um mich vor deinem Licht vorhandenen Item zu schützen. Ich finde das auch geil, wie hier in der Höhle das Licht automatisch angeht. Das ist cool, ne? Ja. Das sieht auch so cool aus, so vom Fall des Lichts und so weiter. Sehr schön gemacht. Badammt! Du kriegst eine Münze nicht, dann kriegst du die andere auch nicht. Rää! Juhu! Juhu, ich habe eine Münze! Yay! Wow, Banane! Banane, Banane! Ich muss sagen, das mit dem Item ist viel besser, dass man nur eins halten kann. Als man nicht so overpowered, wenn man als erster zwei Items dann eben dahinter hat. Finde ich eine gute Neuerung. Ich weiß nicht, was andere haben. Mir gefällt es einfach. Ja. Ist gut durchdacht. Oh ja. Well! Und wie ist die Steuerung mit dem Motorrad? Angenehm. Also, muss ich sagen. Es macht Spaß. Ich bin gespannt, wie der Buggy ist. Und hoffentlich gibt es einen roten Strand Buggy mit gelben Häubchen. Wenn du weißt, was ich meine. Verstehe ich gerade nicht. Es war wie Pech und Schwefel. Ach so! Boah, Alter. Da musste ich aber jetzt schon tief in mein Gehirn graben. Ja. Und ich weiß, wie schwer das für dich ist. Ja, das ist echt schwer. Ich meine, da ist nicht viel, aber... Ja, was da ist, das ist massiv und dreckig. Oh, oh! Du kennst mich zu gut. Oh ja. Mein fast ganzes Leben lang. Das ist echt so, ne? Ich würde sagen, seitdem man denken kann, aber es ist ja nicht seit gestern. Ja, stimmt auch wieder. Vorher haben wir so windlose Marionetten und ich habe die ganze Zeit diese scheiß Banane gehalten. Kann ich dafür nicht mehr hauen. Ist doof. Juhu! Geil. Macht Spaß, ne? Oh, Lakitu fliegt darum. Ist ja kein Fahrer mehr, oder? Ich glaube nein. Okay. Und ich bin auch einmal runtergefallen. Ja. Und der hat mich wirklich sowas von schnell aufgesammelt. Das war geil. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das finde ich gut, dass der einen direkt jetzt aus der Luft holt. Oh ja. Da ist mir fast einer flöten gegangen. Hammer. Also... War ich glücklich und ich nutze diesen Ultra-Ladebildschirm, um was zu trinken. Alter. Indiana Jones. Krass, ey. Nur, dass Indy hier nicht vergewaltigt wird. Letztes Rennen. Das letzte ist aber schade. Du kannst übrigens auch mit dem Steuerkreuz denken, ne? Echt? Ja. Wenn du so Retrofeeling haben willst, wie bei Super Mario Kart. Guck das mal lieber nicht aus. Wow. Was war das denn? Ach, der Boomerang bestimmt. Yo. Nein! Alter, wer wirft denn da? Nein. Wahrscheinlich Windschatten! Wuhu! 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 Okay. Erstmal schön hier umgucken, was hier alles so abgeht. Wuhu! 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 Das macht so laut, ey! Ja, klar. Also... Richtig viel. Ich freue mich schon, wenn wir dann endlich schneller fahren können. Oh ja, 100. Und dann 150. Das wird's. Hier steht auch bei 50 CCM als Beschreibung für gemütliche Farben. Ja, habe ich vorhin gesehen. Im Auswahlbildschirm stand da oben rechts so. Eine Münze. Mann, was soll das? Stell mal vor, letzte Itembox vom Ziel. Der hinter dir kriegt einen roten und du eine Münze. Das ist doch richtig abfuck, ey. Ist es auch, aber... Setz live! Ja. Oh, come away! Oh, ich habe da links eine Abkürzung gesehen für den Powerpilz. Muss ich mehr mehr... Ey, wie... Wollt ihr mich... Ich habe auch noch nichts gekriegt. Ich hab auch noch nichts gekriegt. Ich hab noch nichts in den Arsch, Alter. Waaah! Mist! Wir haben mich einfach mit... Waaah! Waaah! Lass mich in Ruhe! Oh, komm, ey! Oh, ey! Da hat Enel wieder zugeschlagen. Ja, Enel, du Arsch! Wie dann? Ey! Das ist doch kacke mit den Münzen, Mann! Oh, ey! Mann! Okay, fahre ich mal hier an der Wand entlang. Wow! Scheiß, Alter! Das ist jetzt die reinste Nullnummer hier. Ihr Vierter! Ja, du weißt ja, es ist ein Computer, die holt so schnell wieder auf. Ja. Aber ich fahre erst mal gegen die Wand wie so ein Mongo, ey. Frau am Steuer, ey. Wenigstens bist du eine bärtige Lady. Ah, da links hätte ich auch rüberfahren können. Ja. Da bin ich runter gesegelt, das eine Mal. Nein, runter, okay. Die Gleiter sehen hier auch richtig geil aus. Ja, richtig schön gemacht. Ja. Yes! Es sind sehr viele Details hier in den Cards, auf der Strecke und so. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben und tun es endlich was aus dem Video raus. Das freut mich auch sehr. Ja, toll. Ah, da kommen wieder diese Dinger angerollt, ey. Und hier kommt noch was anderes für dich angerollt. Nein! Nur wegen der Gatte Münze. Nein! Nur wegen der Gatte Münze, ey. Wow! Was geht, Alter? Hier, Münze! Warte, Alter! Das ist doch scheiße mit den Münzen. Das haben die nur gemacht, um mich zu ärgern, ey. Natürlich! Die wollten nur dich ärgern. Ja. Wow! Bremsstreifen, die mich abgeschreckt haben, weil ich dachte, da liegt ein Item. Die Itemboxen sind auch richtig geil, so holomäßig. Mhm. Und die kommen sehr schnell wieder nach. Ja, so sollte es auch sein. Man kennt es ja manchmal anders, ne? Oh! Alter, ich dachte, ich fall jetzt runter, ey. Schon Schock bekommen. Juhu! 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 Geil! Das macht so Laune. Das macht echt super viel Laune. Juhu! 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 Geil! Ich will keine Highlights. Obwohl, hier gäb's schon ein paar gute Highlights. Ich glaub, die Highlights kommen, dann werden wir Spiegel und so fangen. Juhu! 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 Ich krieg jetzt schon Angst. Juhu! Lade Bildschirm, bitte! Juhu! 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 Das spielt nämlich aus, dass das zu einem richtiges Metall wären! Juhu! Juhuu! Juhu! 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 Ich habe natürlich einen Stempel! Juhu! 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 Wow! Juhu! 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 Oder es wird einfach immer gezeichnet, wie man gefahren ist. Ja, oder so. Dann druge ich mal weg. Dann beenden wir auch gleich den Pate. Wir machen ja Grand Prix-weise in 50 CZM. Können wir mal kurz was schauen. Mach das. Da haben wir drei Sterne. Okay. Ich mach mal hier rein. Grand Prix. Okay, das war dann nur einfach, damit wir sehen, wie wir gefahren sind. Okay, weiß ich Bescheid. Ja. Würde ich mal sagen, suchen wir uns schon mal die nächsten Fahrer aus. Okay. Achso, ich muss wieder dritten zum Mitspielen. Huuu. Huuu. Nehme ich diesmal Baby Mario. Dann nehme ich einfach mal die Bitch der Koopas. Wendy O. Koopa. Ah ja, das ist noch ein Karteil. Reifen. Rallye-Reifen, cool. Ähm, das Standard Quad. Rallye-Weiß. Ich nimm's mal so. Pünktchen Karte, Rallye-Weiß und Standard. Der Gleiter sieht cool aus. Riesig klein. Ach, nehmen wir mal hier. Richtig schön. Ich könnte auch Motorrad ausprobieren. Schirm, Gleitschirm. Ich probiere Motorrad aus. Ich find's schön, dass nicht angezeigt wird, wie die Karten funktionieren. Aber es ist egal. Und als kleinen Cliffhanger zeigen wir nicht, was hier passiert. Sehr gut. Wir wenden jetzt den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine kleinen Macaronis. Arrivederci. Und bis morgen. Tschau, Leute. Tschau.